Sie sind heute mit dabei, die All-Stars der vergangenen Jahre. Nun aber wieder zu denen, die heute hier ihre Chance nutzen wollen. Genau, und jetzt kommt um die Ecke die Startnummer 6. Ich wollte es nicht ausspucken, Mensch. Sie heißt Annabelle Hernandez, ist 9 Jahre alt und hat ein Heimspiel hier in Wien. Ja, sie klettert gerne und das wird dich interessieren. Sie sieht rasend gern Musiksendungen. MTV! Ähm, Kiddy Contest. Nein, dann ist sie ja hier richtig. Ja, genau. Schauen wir doch zu ihr. Hallo, Akkuposi Annabelle. Und jetzt zeige ich euch, wie man richtig tanzt. Meine Familie kommt von den Philippinen. Von uns kann jeder tanzen. Mein Tanzpartner Jeffrey. Wir beide wollen bei Turnieren mitmachen. Museen mag ich nicht so gerne, aber das Naturhistorische finde ich super. Voll gruselig, oder? Mit meinem Bruder bin ich am liebsten dort, weil er so lustige Sachen macht. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Elefanten so groß sind. Am allerliebsten gehe ich aber einkaufen. Und zwar mit meiner Schwester. Stundenlang schauen wir uns alles an. Manchmal führe ich sogar was vor. Aber meistens kaufen wir gar nichts ein. Genug geschoppt. Tschüss! Die ist wie du, shoppen. Shoppen, shoppen, shoppen. Eins ihrer liebsten Hobbys. Aber bei der Annabelle möchte man nicht vermuten, was sie noch für ein ausgefallenes Hobby hat. Ja, und ein total gruseliges dazu. Die Kleine schmeißt Monsterpartys nachts. Britney Spears lieferte das Original mit I Love Rock'n'Roll. Wir hatten es gerade schon mal. Er war in den 80ern schon auf der Welt. Ich natürlich noch nicht. Und du müsstest es eigentlich wissen, dass das Original aus dem Jahr 82 von Joan Jett, I Love Rock'n'Roll ist. Und Britney hat es wieder gecovert. Ich bringe das noch mal. Eins weiß ich mit Gewissheit, Annabelle singt jetzt Geisterzeit. We are the kids. We got the power. Das Licht geht aus, heute ist bei uns Halloween. Da wären wangen weiß und liebend dunkelgrün. Und wenn das Grauen graut, pochen alle Herzen laut. Und weiße Laken tanzen mit schaurigen Gebrüll. Durchs Haus. Gott sei Dank führt mein Papa heute Mama zum Essen aus. Bingo. Jetzt ist gleich die Zeit. Im Kinderzimmer steigt eine Monsterparty. Jetzt ist gleich die Zeit. Kinderknochen klappern in der Dunkelheit. Au. Mit Opas falschen Gewiss spiel ich Vampir. Mit Mumias Klopapier. Der weh mal die Tür. Der Ruf vom Pizzabit aus dem TV-Gerät. Roter Himbeersack beblut auf dem Boden im Korridor. Der Nachbar auf Tür 4 bittet um Gnade. Wenn wir im Chor singen. Jetzt ist gleich die Zeit. Im Kinderzimmer steigt eine Monsterparty. Jetzt ist gleich die Zeit. Kinderknochen klappern in der Dunkelheit. Au. Am Küchentisch stürzt ein geschumpfter Frankenstein. Im Film war er nicht so klein. Nein, nein, nein. Der scheppert ein Schlüsselbund. Ich ahne, gleich geht's rund. Feuerrot sieht die Kämpfe von meinen Eltern. Denn sie sind da und rauchen sich das Haar. Wunderbar wär's, wenn ich unsich war. Wäre jetzt ist gleich die Zeit. Der Horror-Höhepunkt auf der Monsterparty. Wenn zur Geisterzeit. Dein Papa mit Mama bei der Tür reinschneit. Jetzt ist gleich die Zeit. Im Kinderzimmer steigt eine Monsterparty. Jetzt ist gleich die Zeit. Kinderknochen klappern in der Dunkelheit. Applaus für Anna-Main. Hast du super gemacht. Klasse, meine Süße. Jetzt bist du Otto Arten, ne? Ja. Ja, Mensch. Ich hab ja an der Choreografie was erkannt. So latente Ansätze von Michael Jackson und Thriller und so. Hast du irgendein Idol, was Singen und Tanzen angeht? Wen magst du total? Michael Jackson. Britney Spears. Jennifer Lopez. No Angels. Destiny's Child. Brosis und so weiter. Gut, dann bist du ja heute hier genau richtig mit Brosis. Freust dich schon drauf, ne? Ah, cool. Ja, danke fürs Mitmachen. Das ist nochmal dein Applaus. Anna-Main und Geisterzeit.